Moin zusammen, meine Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet bislang ein wunderschönes Wochenende. Und dementsprechend, wir legen direkt los. Ich habe leider ein bisschen sehr, sehr ernste Nachrichten dabei. Ich habe euch ja vor ein, zwei Tagen davon berichtet, dass ich einen Bekannten habe. Und bei ihm gehen die Gas-, genauso wie auch Strompreise durch die Decke. Durch die Decke geht das natürlich bei uns allen. Allerdings, wer jetzt gerade noch einen abgeschlossenen Vertrag von vor einem halben Jahr oder ähnliches hat, ist noch günstiger unterwegs als jetzt. So, und mein Bekannter, wie gesagt, hat einen Brief von seinem Energieversorger bekommen. Vom 26. Mai diesen Jahres bis zum 25. Mai nächsten Jahres bieten wir Ihnen eine eingeschränkte Preisgarantie. Ist auch die geilste Formulierung. Wenn man sich den Sternchentext anguckt, weißt er auch, nö, Eventualitäten, da geht der Preisgarantie nochmal nach oben. Aber wir konzentrieren uns auf diese Preise, die jetzt hier angeboten wurden. Eingeschränkte Preisgarantie mit folgenden Konditionen. Arbeitspreis, Grundpreis, und das ist der neue Preis. Und hier ist der alte Preis. Der alte Preis war, der Arbeitspreis, 22,47 Cent pro Kilowattstunde, also ein wirklich älterer Tarif, der relativ günstig war. Pro Monat 10,27 Euro Fixpreis. Und das ist auch so typisch deutsch, dass man einmal einen Fixpreis hat, dann hat man noch einen variablen Preis, einen Arbeitspreis. Und muss sich immer hin und her rechnen, ob und was sich da für einen mehr lohnt oder besser ist. Unverschämtheit, undurchsichtig für den Kunden. Der neue Preis toppt das Ganze massiv. Wir sind hier bei einem Arbeitspreis pro Kilowattstunde von 63,8 Cent. Und Leute, ich habe schon andere Dinge geschickt bekommen von euch, per Instagram beispielsweise, folgt mir da drüben. Das ist noch relativ günstig. Nichtsdestotrotz, auch der Grundpreis pro Monat ist deutlich gestiegen. So, und jetzt kommt's. Das Interessante ist, ich habe das Ganze mal durchgerechnet. Und das ist ein relativ altes Haus, wo mein Bekannter drin wohnt. Und vierköpfige Familie. Und dementsprechend, man geht davon aus, vierköpfige Familie benötigt, hier, zack, mal ein bisschen gegoogelt. Im Durchschnitt verbraucht die Aufbereitung eines Liter Warmwasser, mit so einem Wasser-Warmwasser-Boiler oder wie das Ding genau heißt. Und so läuft das in diesem Haus. Per Strom 0,058 Kilowattstunden Energie. Ein Vier-Personen-Haushalt benötigt täglich ca. 160 Liter Warmwasser. Daraus ergibt sich pro Tag ein Verbrauch von 9,3 Kilowattstunden Strom. Nur für Warmwasser. Nicht Lampe, Computer, Handyladen, Fernseher vielleicht noch, der Anis, etc. pp. Ich habe die Rechnung mal gemacht. Also, 0,058 Kilowattstunden mal die 160 macht hier ganz genau 0,9,28 Kilowattstunden. Die alten Kosten, sehen wir hier, waren mit 22,47 Cent pro Kilowattstunde. 2,08 Euro pro Tag. Also schon nicht wenig. Das ist schon ordentlich. Macht 62,40 Euro im Monat. Und damit knapp 750 Euro nur Warmwasser aufheizen in dem Haus pro Jahr. Kosten neu. Toppen das Ganze ganz geringfügig. Pro Tag nicht mehr 2,08 Euro, sondern fast 6 Euro. 5,92 Euro. Im Monat nicht mehr 62,40 Euro, sondern fast 180 Euro. Und im Jahr zahlt man nicht mehr 750, sondern über 2.100 Euro. Da muss ich doch ganz klar fragen. Nochmal. Das sind nur die Kosten, um das Wasser zu erwärmen. Keine Kosten für generellen Strom, was man halt noch drüber laufen hat. Und Gaskosten sind da auch noch nicht inklusiver. Wie soll denn eine Familie mit 4 Personen, was mein Bekannter ist, das bezahlen? Er weiß es auch nicht. Er kann diese Frage nicht beantworten. Oder doch, er kann die Frage beantworten. Er kann es nicht bezahlen. Was ist die Folge daraus? Wenn er nicht viel Glück hat und wird, eine Unterstützung bekommt er nicht. Dafür ist er zu gut in der Mittelschicht. Zu gut in der Mittelschicht, hat man gestern ja gerade das Thema, zu, wie sagt man da nochmal, zu arm zum Leben, zu reich zum Sterben. Das ist eigentlich wirklich par excellence passend, was ganz viel in unserer wunderschönen, im besten Deutschland, was es jemals gegeben hat, gerade passiert. Du kannst es dir nicht mehr ausdenken. Die Folge daraus, Haus vielleicht, Kredit auflösen, verkaufen, in eine kleinere Wohnung gehen. Weil ihr glaubt doch nicht, dass er sich jetzt einfach hier eine komplett andere Heizungsanlage für 10.000, 20.000 Euro leisten kann. Das ist doch auch nicht tragbar. Leute, das ist ein ganz, ganz massives Problem, wo unsere Regierung es wieder mal nicht hinbekommt, um diese Probleme anzugehen und zu lösen. Herr Leute, und die Unfähigkeit und auch die Dreistigkeit unserer Politiker kennt offensichtlich keine Grenzen mehr. Robert Habeck, unser geliebter, geschätzter Klimaminister, reist durch die Weltgeschichte. Zitat, Habeck verteidigt Energiekäufe in undemokratischen Ländern. Undemokratisch ist schon wirklich sehr, sehr wohlwollend hier ausgesprochen. So heißt es, wir können nicht alle Länder von Lieferungen ausschließen, sagt der Minister. Und ganz genau heißt dieses Zitat, nämlich hier, es gibt ordentliche Kritik wegen seines Besuches im Katar und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aber zwischen einem nichtdemokratischen Staat, bei dem die Situation der Menschenrechte problematisch ist, und einem autoritären Staat, der einen aggressiven, völkerrechtswidrigen Krieg vor der Haustür führt, gibt es nochmal einen Unterschied. Wir können nicht alle Länder von den Lieferungen ausschließen. Hm, da ist mir ein Gedanke gekommen. Es gab im August letzten Jahres so ein Interview mit Cem Özdemir. Zitat, hier bei Twitter hat er selber gepostet. Wir Grünen unterscheiden nicht zwischen guten und schlechten Diktatoren. Wie es uns gerade gefällt, das muss die Linkspartei begreifen. Ähm, sehe ich da einen Widerspruch? Fragezeichen? Ja, Ausrufezeichen. Für mich definitiv. Das kannst du dir noch nicht mehr ausdenken. Also was hier passiert, unfassbar. Und nochmal, es gibt doch eine Lösung. Es ist doch nicht schwer, diese Lösung. Aber nein, das ist wirklich das Paradebeispiel für grüne Politik. Genau wie das Elektroauto. Das Elektroauto, wenn es gerade im Moment fährt, stößt es kein CO2 aus, fährt sauber. Keine Frage. Wo wurde das Auto produziert? Wo sind die Kobolde aus Mako her? Wo kommt der Strom her? Der wurde irgendwo anders produziert. Und diese Verlagerung, aus den Augen, aus dem Sinn, das ist grüne Politik. Und die fällt Ihnen jetzt komplett hier auf den Kopf. Aber genauso auch die AKW-Verlängerung. Ebenfalls. Habeck lässt längere AKW-Laufzeiten prüfen. Pff, Ende Februar war das. Leute, war doch klar, was da rauskommt. Wenn man dann hingeht und lässt es überprüfen von wem, von Steffi Lembke und ihrem Umweltministerium, ist doch schon klar, was dabei rauskommt, dass das Ganze nämlich nicht verlängert wird. Und das Irrationale daran ist doch, wir haben aktuell in Deutschland noch drei laufende AKWs. Und diese laufen bis zum Ende des Jahres. Wenn die jetzt so gefährlich und so unsicher wären, warum schaltet man die nicht sofort ab, sondern zum 31.12.? Heißt das zum Glockenschlag am 1.1., dann sind die gefährlich. Dann muss man sie abschalten. Das kann ich nicht nachvollziehen. Aber wenn wir jetzt international ein bisschen gucken, gucken wir jetzt hier nach Belgien, sehen wir andere Länder, die in der aktuellen Situation richtig und logisch reagieren und sagen jetzt hier, Belgien beispielsweise verschiebt den AKW-Ausstieg um zehn Jahre. Richtig. Das wird dann einer der Versorger hoffentlich von Deutschland sein. Das ist doch einfach nur unfassbar. Nein, Leute, also wir sehen einfach, wie den Grünen ihre Ideologie, das ganze Kartenhaus bricht einfach komplett zusammen. Es geht nicht auf und man sieht, dass dann auch unangenehme Gespräche geführt werden müssen, wo man versucht, irgendwo was für uns herzubekommen. Aber das kann doch nicht die Lösung sein, sich von einer Abhängigkeit, von Russland, in eine andere Abhängigkeit zu begeben. Oder sehe ich das falsch? Schreibt es mal unten rein. Ja und zu der Unfähigkeit auch noch weiterhin passend hier aus NTV von heute. Mobilitätsgeld für Pendler. Ampel plant Alternative zum Tankrabatt. Ihr habt richtig gehört. Es ist ja mittlerweile schon über eine Woche her, dass unser geliebter Christian Lindner als Finanzminister gesagt hat, ja, Tankrabatt oder ähnliches, wir müssen jetzt die Bürger irgendwie entlasten. Es ist nichts passiert. Es ist gar nichts passiert. Wir zahlen hier weiterhin diese horrenden Preise. Ja, sie gehen gerade ein bisschen runter. Es gleicht sich so langsam wieder ein bisschen zwei Euro an. Trotzdessen ist das noch viel zu viel. Und ich hoffe einfach, dass das vielen Menschen auch jetzt bewusst geworden ist über die letzte Zeit, dass 1,80 Euro indiskutabel sind und unser Staat sich daran einfach nur massiv bereichert. Dass natürlich jetzt hier wieder eine Umverteilungsaktion stattfinden soll. Das ist unserer Ampelkoalition geschuldet. Und da sieht man wieder, wie unfähig und auch wie wenig die FDP zu sagen hat in dieser Koalition. Denn, da heißt es nämlich hier, außerhalb der FDP kann sich keiner für einen Tankrabatt erwärmen. Die SPD will Pendler stattdessen mit einem Mobilitätsgeld entlasten. Ein entsprechender Vorschlag wird von der Ampelkoalition zu der Zeit diskutiert. Profitieren würden Arbeitnehmer mit einem Einkommen bis 4.000 Euro. Okay, es mag so sein, dass jemand, der wirklich über 4.000 Euro im Monat verdient, weil er hart arbeitet, ne, das nur nebenbei, ist kein Politiker, der es reingeschoben kriegt in allerwertesten. Der das Geld bekommt, der wird wiederum bestraft in einer Leistungsgesellschaft, weil er sich vielleicht fortgebildet hat, vielleicht zwei Jobs hat, vielleicht wirklich den Allerwertesten aufreist, um so viel Geld monatlich zu bekommen. Das ist nicht fair. Das hat nichts mit Leistungsbelohnung oder ähnlichem zu tun. Im Gegenteil, das ist eine Strafe. Und was ist das immer für ein Signal für Jugend oder auch andere Menschen in diesem Land, besser zu werden, sich weiterzuentwickeln, was Neues zu machen, vielleicht ins Risiko zu gehen, selbstständig zu werden. Aber nein, hier in diesem Land sieht es anders aus. Und jetzt kommt es, wer bis 2.000 Euro verdient, bekomme 50 Euro. Bei 2.001 bis 3.000 Euro Gehalt könnte es 35 Euro geben und dann hier 20 Euro von 3.001 bis 4.000 Euro. Also Leute, es ist doch einfach nur lächerlich, was hier passiert. Es ist doch wirklich nur lächerlich. Weil besonders auch, das ist jetzt so ein Mobilitätsgeld für die Pendler, okay, ist schon mal ein Ansatz. Also auch wenn ich einen Schwachsinn finde, das ist ein Ansatz. Was ist denn jetzt mit demjenigen, der, und ich denke an den Wolfgang, Grüße gehen raus, der seinen kranken Bruder im Krankenhaus besuchen muss? Richtig. Das ist eine Privatfahrt, das ist keine Pendlerfahrt. Die bezahlt er dann trotzdessen mit 2,30 Euro pro Liter. Das kann es doch nicht sein. Das kann es doch nicht sein. Oder die alleinerziehende Mutter oder auch überhaupt eine kleine Familie, die die Kinder zum Kindergarten fährt. Das wird nicht bezahlt, weil es keine Pendlerfahrt ist. Die zählt dann, Kindergarten zur Arbeit. Leute, das ist einfach eine Politik, die sich immer kleinere Bereiche raussucht. Und wir geben es nur einer kleinen, ganz lauten Masse. Und das passt nicht. Das ist eine Unverschämtheit. Ja, und dazu, dass wir heute den 20. März haben und damit den sogenannten Pseudo-Freedom-Day, schreibt mal gerne was dazu unten rein. Und guckt im Olli-Rittek-Kanal vorbei. Heute Mittag habe ich ja dazu extra noch ein Special-Video gemacht, weil es so enttäuschend ist, was hier einfach los ist. Dementsprechend, Freunde. Ich hoffe, dass es wieder euch gefallen hat. Wenn ihr so ist, Daumen hoch. Abonniert den Kanal gerne, wenn ihr neu seid. Bis zum nächsten. Ciao, ciao.